Karl Klingberg! Olé, olé! Kartoffelsalad! Karl, erklären Sie uns ganz kurz, es ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um das erste deutsche Interview zu führen. Ja, genau. Also ich spreche gern Deutsch, aber nicht viel. Nur Hochdeutsch und langsam. Aber ja, Deutsch ist einfacher für mich als jetzt, nach fünf Jahren. Was bedeutet der Titel für Sie hier in Zug, dass Sie ihn gewonnen haben? Alles, alles. So viele. Fünf Jahre auf zwei Finale, eine Play-Off, eine Viertelfinale verlieren. Aber ich habe es geschafft, für fünf ganze Saison für diesen Moment. Das ist grandios. Karl Klingberg, vielen Dank! Danke vielmal!